Ich vermisse meine kleine große Familie, daher lenke ich mich immer wieder mit schönen Erinnerungen ab. Es ist eine angenehme Erfahrung, so lange mit sich selbst und seinen Gedanken allein zu sein. Kein Handy, außer für die Routenplanung, kein TV, den man mit einem Fingerdruck anstellt. Nur mein Hirn und ich. Au Backe. Nachdem ich das Album von Yandile dreimal am Stück durchgehört habe und sich erste Lieblingslieder andeuten, nehme ich meine Kopfhörer aus den Ohren. Der Käpt'n steht an einem Dorfeingang auf einer Einfahrt geparkt und hat ein kleines Frühstück für mich auf der Motorhaube vorbereitet. Allerdings muss ich ihn enttäuschen, denn ich habe mir in einem spärlich sortierten Supermarkt ein trockenes Brötchen gekauft und in Windeseile reingewirkt. Ich möchte nicht wieder auskühlen und außerdem ist mir gerade nicht nach Essen. Da es nur noch zwölf Kilometer bis Wittenberg sind, will ich schnell weiterlaufen und komme in Dabrun an einem deutschen Haus vorbei, das aber verfallen ist. Da ich inzwischen mehrere Erlebnisse hatte, in denen sich die Menschen hier offen rassistisch geäußert haben, kommen die wildesten Fantasien in mir hoch, was genau die Funktion eines deutschen Hauses sein könnte. Irgendwo im Ausland macht das ja vielleicht noch Sinn. Aber hier? Da ich wegen einer defekten Fähre abseits meiner geplanten Route laufe, muss ich mich mit Google Maps zurechtfinden. Die App schickt mich direkt in die Natur. Immer wieder fällt es mir schwer zu glauben, hier noch richtig zu sein. Und ich krame mühevoll mein in eine Tüte verpacktes Telefon aus. Warum habe ich mich von diesem launischen Riesen aus Ostwestfalen nur überreden lassen, die Elbe entlang zu laufen, anstatt irgendwo die frische Waldluft zu genießen? Ich durchquere ein Feld. Was Google Maps mir hier als Fußweg vorschlägt, sind komplett zugewachsene Reifenspuren quer durch eine riesige Wiese. Ich muss mich konzentrieren, um immer Halt zu finden und nicht umzuknicken. Kleine Mulden, die sich heimtückisch unter dem Gras verstecken, versuchen mir ständig eine Falle zu stellen. Plötzlich rutscht im Matsch mein linkes Bein weg. Ich kann mich gerade noch halten, aber mein Puls ist auf 180. Das ist gerade nochmal gut gegangen. Hier kann ein falscher Schritt ein großes Abenteuerprojekt gefährden. In der Ferne entdecke ich Wittenberg. Google will partout, dass ich durch die Elbe schwimme, aber ich bin ungezogen und nutze doch lieber die gigantische Brücke. Nachdem ich geduscht habe, spazieren der Käpt'n, Tim und ich durch Wittenberg.